So. Wohin? So. Und nun? Kann ich hier raus? Supi. Okay. Also gar so schwer ist es ja noch nicht. Ich weiß nicht, die wievielte Testkammer war das jetzt? Hm. Ja, hey, Teil 3, die Rückkehr. Rückkehr von was? Klar, das ist doch schon wieder da. Was auch immer du da versuchst und warum du auf einmal leuchtest und... Oh mein Gott! Bau doch deine Scheiß-Test, kann man früher fertig. Okay. Das ist quite obviously. Hey, hey, ich fühl's mir jetzt gut! Hey, hey! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Soll ich da vielleicht ein Portal reinsetzen und da hinten auch? Weil wenn mich das nur nach oben katapultiert, dann klatsch ich da ja dann voll. Du glaubst es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, dass wir mal... Hm, die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Oh! Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Hm, hm. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ja, senk doch die Decke. Aber dann ist er weg, dann ist er weg! Nein, 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 nein! Ach, scheiße. Boah! Okay. Äh. Ja, wir sind genau da, wo ich es gedacht hatte. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas mit Lasern machen. Deswegen denke ich mal, der muss ja irgendwie dahin. Von hier aus. Aber wie zum Geier soll ich denn... Wie zum... Ähm. Zum Glück bin ich nicht überfordert. Also das kann man mir nicht, äh... Vorwerfen. Wie komme ich denn jetzt... Ach so, doch. Ne, äh, Moment. Stopp. Äh, du. Hier hin. Das Orangenehne nehmen wir da hin. Dann müssen wir wieder da runter. Zack. Hui. Uah. Okay, drück den Klopf. Was passiert? Gut, das ist ziemlich... Offensichtlich. Hey. Nochmal das schöne Spiel. Weil es mir so gut gefiel. Ab. Hui. So, und Ätze. Können wir hier die Portale hintönen. Und dann... geht das da durch. Ja, ich mach das lieber vorne rein, weil sonst, äh, grillen wir uns noch irgendwie selbst oder so. So. Komm ich jetzt da hoch? Ihr seid alle so lustig heute. Wie soll ich das denn? Ach so. Na klar. Ähm. Ne, eigentlich ist gar nix klar. Moment. Ja, jetzt geh ich hier lang. Muss ich nicht springen. Äh, muss ich da oben aber gelb hintun. Ah, da, 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 da. Oder orange. Oder was auch immer das für ne Kackfarbe sein soll. Hopp. Au. Au. So. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Pff. Ähm. Hey, Maus. Äh. Da, 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 jetzt geht's wieder. So, jetzt. Hey. Es ist ja so unglaublich schwierig. Komm, Lift. Hey. Huhuhuhu. Huhuhuhu. Na, 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 na. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wow. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Wow. Hey. Was zum Henker ist das für ne Krankheit? Danke, scheiße. Also so langsam wird's dann doch ein bisschen... Ich hab ein bisschen Angst, wenn ich das tue. Ähm. Was sind das für Platten? Wie krieg ich die runter? Wie komm ich wieder runter? Okay, aber das ist eigentlich momentan das Einzige, was ich tun kann. Da ist ein Kubus. Was ist hier? Uhuh. Okay. Ich bin überfordert. Ich wüsste auch gar nicht, also wenn ich jetzt den Kubus habe, wohin damit? Kommt das so hin? Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach aus. Hoi! Nein! Nicht ganz. Ah, ich muss scheinbar wirklich da hoch, aber was soll ich da? Klatsch. Ähm. Da unten rein? Ne. Hä? Was ist denn das hier? Kriege ich das irgendwie runter? Was ist, wenn ich hier reinspringe? Ja, super. Toll. Großes Kino. Hilfe. 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 Was ist das da oben? Was? Was? Wow. Hey, hey, hey. Da wollte ich doch jetzt gar nicht drauflaufen. Ach, Mensch. Ich muss irgendwie an den Cube kommen. Aber wie? Portal weiter hoch. Zack. Und nochmal. Na. Geht doch. So. Äh. Ja, nee. Jetzt. So, jetzt erst mal daneben. Dann haben wir nicht immer so viel Schwung drauf, dass da irgendwie was schief gehen könnte. Hoah. Okay. Ich muss irgendwie den Cube da hochkriegen. Zack. Nicht wieder runterpurzeln, bitte. Nicht wieder runterpurzeln. Sack. Geht doch mal. Mann. Ich kann damit doch die Laser unterbrechen. Also jetzt bleib da oben. Danke. Oder kann ich die Laser damit unterbrechen? Doch, kann ich. Zack. Jetzt geht das hier runter. Was habe ich davon? Hm. Vielleicht. Einfach nochmal drauf. Ja. Nein. Äh. Was ist jetzt das hier für eine... Wo bin ich? Was? Okay. Brutzel, brutzel. Und jetzt haben wir hier ganz unten wieder einen. Aha. Der kommt jetzt bis hier hoch. Ah. Okay. Aber dann müssen wir den anderen... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, verdammt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Cupid mal hier oben lassen soll. Ich glaube, ich nehme ihn einfach mit. Oh. So. Dich parken wir mal hier. Ähm. Wo? Das da ist kaputt. Komm, wir springen jetzt mal zusammen da hoch. Nein, 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 nein. Ach, komm. Ach, cool. Okay, so geht das auch. Dann machen wir doch einen kleinen Cube-Cube-Tausch. Schauen wir mal, wo wir das hier hinlenken können. Ah, nee, geht doch. Hey. Gut, äh, da komme ich aber von oben auch noch ran, glaube ich. Weil wenn ich jetzt hier überall irgendwelche Laser durch die Gegend leite, glaube ich, kommt das nicht so gut. Also könnte schief gehen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So. Jetzt kann ich da unten. Tada. Ich... Es macht irgendwas komische Geräusche. Jetzt muss ich aber irgendwie noch mit dem... blöden anderen Cube hier weiterkommen. Nehmen wir den doch nochmal mit runter. So, wo fliegst du hin? Zack. Da hoch. Da dran. Hey, ich springe hinterher. Das sieht doch gut aus. Zack. Zack. Und yeah. Na, ist doch alles noch machbar hier. Ja, super. Ja, super. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Toll. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Mhm. Mhm. Glup. Okay. Ähm. Nummero 11 Ähm Das muss man, glaube ich, nicht alles verstehen Okay, und wo will ich damit hin? W-w-w-wo kann ich damit hin? Uah, toll Aufbauend, supi Hey Ähm Macht das Sinn, wenn ich da hingehe? Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube, nee, ich habe mich um Ein bisschen verrechnet Ja, okay, das macht aber auch noch keinen Sinn, weil ich habe ja noch keinen Kubus Woher kriege ich einen Kubus? Äh, okay, es ist eine Ziemliche Scheißidee, jetzt irgendwo anders ein Portal hinzusetzen Ich muss ja wieder Weil sonst falle ich ja runter So Hier Ach, komm So Und dann kann ich hier schon mal Drücken Was passiert Äh Ja, das ist jetzt halt nicht gut, ne? Wie kriege ich denn da jetzt einen Kubus gerettet? Verdammte Scheiße So vielleicht So vielleicht So vielleicht Hä? Okay, ich komme da wahrscheinlich nie wieder raus, wenn ich runterspringe Wie zum Henker Ja, äh Ich habe gerade echt keine Ahnung, Leute Das Ist gerade ein bisschen Also man kommt da in dieses Ding auch nicht rein Wie zum Nein Nein Wo geht's da hin? Ähm Bin ich sicher, dass ich das tun will Uah Oh mein Gott Na komm Scheiße Ha Okay, wie kriege ich den zurück? Ach so Ganz einfach Hahaha Voll vergessen Gut Aber Jetzt Kann Nein Da Ich muss ja Dahin